hallo zusammen ich begrüße euch zu einem weiteren video mit mir und mit daniel und pino ja heute sind wir mal wieder so wie ihr wisst unterwegs um römische artefakte zu finden heute sind wir auf einem frisch gepflügten acker unterwegs und ja wir hoffen mal hier erfolgreich zu sein ja heute bin ich wieder mit meinem xp deus unterwegs mit der hf mit der elliptischen hf spule ich werde euch gleich sagen welches programm ich benutze aber im vorfeld möchte ich meinen sponsor und freund jochen reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de grüßen und ja ich hoffe dass heute bei dem schönen wetter was wir jetzt noch haben ja eine schöne runde wird so dass er auch ein paar schöne funde zu sehen bekommt ich hoffe dass der ton gut rüber kommt es ist ein bisschen ja windig hier grad aber ich denke das liegt also sehen wir uns gleich wieder nach meinem intro zu den einstellungen alles klar bis dann so wir sind jetzt bei meinen einstellungen ich habe jetzt gerade den bodenabgleich vorgenommen wir haben jetzt hier einen boden wert oder eine ground balance von 79 ich benutze wieder mal mein ackerprogramm was ich mit dem werksprogramm hot generiert habe den disk den habe ich auf fünf stehen den sens auf 94 meine frequenz die ich jetzt nutze sind die 14,4 kilohertz eisen lautstärke habe ich auf eins genommen dass das habe ich euch ja schon immer erklärt ich nehme deswegen auf eins die eisen lautstärke um eben michsignale mit zu bekommen ja noch stehen habe ich nicht aktiviert weil ich ja im disk modus laufe die reaktionszeit habe ich auf drei und den bodenfilter auf null so das sind meine einstellungen für heute und wir legen los und ich melde mich dann gleich beim ersten von euch wieder bis naja so wir sind hier beim ersten signal okay ich muss das gerade laut ich merke gerade dass ich den ton aus habe ich muss mal gerade konfigieren und laut sprecher aktivieren so machen wir das mal an so wir haben hier einen leitwert von 76 der boden ist ziemlich weich wie gesagt der acker ist gepflügt worden es ist was tiefer immer noch drin so jetzt müssen draußen sein so jetzt ist der leitwert von 76 auf 54 runter ihr seid mit dabei wir schauen nach was es ist noch mal an wo haben wir es ja ich glaube schon das ist der erste volli war ein bisschen weiter zurück ihr können dann sehen da ist er ja der erste volli erste signal erste münze erster volli okay dann und wir jetzt gesehen haben der lag schon relativ tief dann sehen wir uns gleich oder ich zeige jetzt noch mal so vielleicht war er nicht gut drauf zum zweiten fund bis gleich so hier sind wir bei einem zweiten signal von mir ich glaube ihr könnt ganz stabile 75er und so tief wird es auch nicht sein oder nein das wird bestimmt hier in dem oberen bereich sein ja so ist es auch so wir schauen wieder Pino ist hinter mir Pino und hast du was ja ich habe ein stück blei zweites signal ein stück blei ok so hier haben wir ein weiteres positives signal liegt bei 74 75 einmal rein draußen 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 ja wo ist es ist wieder so klitzeklein ist da ja ein stück ja ein stück was ist es ja ein stück von irgendetwas ein stück bronze ja ok dann bis zum nächsten so leute so leute hier haben wir ein weiteres signal der leitwert ist diesmal nicht so hoch er ist auf 46 47 zu tief ist es auch nicht ja so ihr seid mit dabei draußen ist es na na da ist es schon den pointer aus ein römischer voll ist ganz leicht rüber die ist auch noch ziemlich gut so wie es aussieht wird oder wird gut so ich hoffe dass ihr das sehen könnt so besser so zum schluss werde ich dann die funde im vorgereinigten zustand euch zeigen der teile ist also ich würde sie nicht komplett restaurieren ich würde sie nur einfach mal unterfließendem wasser reinigen und dann als bild zum schluss des videos mit anhängen ok alles klar dann sehen wir uns gleich beim nächsten so hier haben wir wieder ein signal ziemlich laut 77 79 dann wollen wir mal gucken was das ist ja jetzt tun wir den mal weg noch im loch draußen jetzt ist es auch 70 71 so da haben wir da haben wir ein kleines Zündhütchen von der Patrone glaube ich oder ja sowas in der Art also nichts Weltbewegnis also ist klar dann bis gleich zum nächsten so hier haben wir ein weiteres signal das liegt bei 63 ist auch nicht allzu tief ja schon draußen so ist hier in dem oberen teil so wollen wir mal gucken ja ich glaube ich sehe sie schon sind heute aus ja da liegt sie und wieder ein schöner glaube ich oder es wird ein schöner ulmischer verlies werden ja so kann es gehen ja so kann es gehen nicht zwar viel Schrott hier aber auch wie gesagt wie ihr seht ein paar schöne römische Münzen alles klar dann bis gleich so drei Bahnen später wieder ein sehr lautes positives signal so wie ihr hört 69 sehr konstant und gar nicht mal so tief so das ist noch in der erde so jetzt ist es draußen das ist in dem haufen drin ach da liegt es schon wann ist es na gucken ein Stück ach ich weiß was das ist eine kaputte Fibel ein bisschen frei machen so so dass man es sieht also hier für euch nächste mal oder ich ziehe mal den zweiten Handschuh auch raus so hier könnt ihr gut sehen hier ist die Spirale hier die Spirale die Aufnahme vorne fehlt das komplette vordere Teil mit dem Nadelrast aber von der Patina her sieht sie noch relativ schön aus ja leider nicht ganz aber man soll sich damit beschweren ok dann sehen wir uns nachher beim nächsten Film bis nachher so hier sind wir wieder bei einem weiteren Signal konstante 71 und auch nicht so tief im Boden mehr braucht man scheinbar nicht ja draußen ist es so schauen wir mal na wo ist es in einem Knubbel oder was mal gucken wo haben wir es war doch grad hier am Piep na manchmal sind die Vollis so klein dass man sie kaum drin hat so machen wir nochmal aus hier nochmal mit dem Detektor drüber hier vorne muss es sein also draußen ist es auf jeden Fall nur wo so ist der so klein da jetzt haben wir es jetzt haben wir es da liegt sie doch ich wollte gerade sagen so den einen Handschuh wieder an den anderen aus das ist wollen nicht drüber reiben aber ein kleiner römischer Vollis vollis ok hoffen wir mal was auch vernünftig heute noch kommt aber man soll sich ja nicht beklagen ein paar Vollis sind auch schon ok bis gleich so jetzt bin ich fast eine dreiviertel stunde hier über den acke gelaufen nur mist signale jetzt haben wir wieder ein positives signal so langsam habe ich keine lust mehr das ist ein 50 54 springendes signal ja hoffen wir das jetzt was ist sonst packe ich ein es ist kalt dann wird das ein kurzes video ok draußen ist es ja ja da liegt es schon endlich mal wieder eine Münze ja und ich denke mir auch wieder ein Volli ja ich hoffe dass ihr das erkennen könnt ich will nicht drüber reiben aber ich weiß dass das ein Volli ist ja so kann man es vielleicht besser sehen ok dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund so hier ein weiteres Signal es springt von hier aus ja hier springt es hier ist es sauber also von 60 bis 62 normalen Volli-Signal normalen Volli-Signal da draußen oder so im vorderen Bereich draußen mal das ist ja ok ein Stück Bronze ja aber was ja ganz gleich mal keine Ahnung kann ich euch hinterher sagen wenn es sauber ist ein Stück Bronze ob es jetzt römisch ist oder was es ist keine Ahnung ok dann bis gleich so jetzt sind wieder gut 20 Minuten vergangen wieder nur Mist unter der Spule jetzt haben wir mal ein 80er Signal oder oder das hatte ich schon eben die ganze Zeit mit Granatsplitter und so ihr seid wieder live dabei bis draußen hört sich nicht gerade berauschend an das springt so so ja wo ist es wo ist der Granatsplitter na ist es weg in dem Knubbel da ok ach ne ja so und ich kann es schon erkennen ah nicht drüber rein es ist ein DINNER endlich meine Güte er hat das wieder das ist wieder so eine schweres Geburt gewesen ich hoffe na ein bisschen kann man runter machen das ist ja ach so vielleicht so dass man es sehen kann hier kann man das selber durchkommen sehen ja jetzt bin ich jetzt hier gut ja über 2 Stunden auf dem Acker oder fast schon 3 ich muss mal auf die Uhr gucken die 2 Jungs wo sind sie ach jans jans weiter hinten ja ob die schon was haben weiß ich nicht ok ok jetzt das hat jetzt den Motivationsschub gegeben jetzt werde ich noch ein bisschen machen und wir sehen uns nachher wieder beim nächsten Fund bis gleich so hier ist das nächste Signal liegt bei 52 ja das ist noch drin das ist noch draußen das ist draußen im oberen Knubbelteil ja machen wir mal gucken was das ist ach ok ich sehe sie schon wieder ein römischer Polis so hier können wir sehen der ist diesmal schlechter oder ja muss man sauber machen kann ich so nicht sagen ok so dann bis zum nächsten Fund so jetzt habe ich hier ein weiteres Signal von 65 ich wollte jetzt hier rüber gehen auf den anderen Acker über der Straße dort läuft der Daniel aber das nehme ich nochmal mit kurz vorm Rand so mal das rauchen na nimm Knubbel ach ich glaube ich werde bekloppt ich glaube DINAR Nummer 2 ein zweiter DINAR oder ja ein zweiter DINAR oder ich meine ja ich will jetzt nicht drüber rein aber der ist scheinbar aber sehr schlecht vom Silber her mal angucken ja das einer ja aber schlecht vom Silber gehalt ja hätte ich jetzt nicht erwartet aber dennoch gehe ich auf die andere Seite des Ackers ok dann bis gleich hier hier haben wir das erste Signal auf dem anderen Acker die zwei Jungen stehen da ja signal fragte mal Daniel kannst du ja zeig mal runter was hast du denn keine Ahnung scheint mir ja doch das wird ein Stüber sein das ist ein Stüber das ist ein Stüber jetzt wollen wir mal gucken was ich hier hab komm ich hier mit meinem Stüber an ja ich kann mir nicht wissen was ich hab hört sich nicht berauschen an aber für das erste Signal auf dem Acker wo wollen wir jetzt mal nicht na wo ist es denn na spule vielleicht einmal so ja manchmal denk ich mir auch das schlabelt aus aber dann ist es weg ach wollen wir nochmal das Gerät nehmen Vorsicht also in dem Haufen ist es auf jeden Fall da ist das wieder so klein ich hab die ganze Zeit so einen Mist ausgegraben außer das kann ich euch nachher zeigen weil ich sonst nehme ich euch hinter die Laune zum Suchen ne oder ne ich wollte schon grad sagen das wäre jetzt Silbermünze Nummer 3 ne ist aber nur ein Stück Blech siehste hier ein Stück Blech würde ich euch nicht vorenntateten bei dem ersten Signal für die Blechsammlung genau also bis gleich so ein weiteres Signal 50 53 vom Leitwert auch nicht tief relativ oberflächlich oder na das ist wieder ins Loch gerutscht wird aber was kleineres sein also in der Kante liegt es da ist aber draußen na wollen wir mal gucken und den Knubbeln hier das nächste Stück Blech ok dann bis gleich nicht so hier hier haben wir wieder ein Signal das liegt bei 72 sehr laut wird auch nicht sehr tief sein doch ist tiefer oder hier am Rand gibt keine Ahnung aber das sehen wir jetzt na wo sitzt noch drin ok nochmal rein oder an der Schuppe oder wird jetzt irgendwo auf Eisen geschmissen na wo haben wir es denn kann er jetzt nicht weg sein ist noch drin ok oder hier am Rand hier ist es draußen ah jetzt quietscht das ein bisschen na wollen wir mal gucken na hier ist es da der Knubbel und und was ist es ein Patronenhülschen oder was davon übergeblieben ist na und ab in das Loch komm bleib drin ob wir verwandt eine Patronenhülschen so ein 64er Signal ich bin wieder auf dem anderen Acker oder Young weil nichts vernünftiges auf dem einen kam ja nichts lang kann ich nicht mehr drehen mein Akku neigt sich dem Ende ich muss mal schauen nachher will ich ja noch die Abmoderation machen die Fund zusammenfassen ein bisschen na ja so das ist ja ein Stück von irgendetwas ok also ich hoffe dass ich das noch zusammenkriege nachher machen wir die Abmoderation ich zeige euch nochmal die Funde und damit ist dann ein weiterer Suchtag oder ein Suchervideo mit mir zu Ende bis gleich so ein Suchtag ist zu Ende ja ich kann natürlich euch nicht immer alles im Video zeigen sonst wie gesagt da müsste ich einen Spielfilm drehen und ja die Länge soll begrenzt werden so maximal auf 50 Minuten lieber was kürzer ja jetzt zeige ich euch erstmal die Schrottfunde so na ist das was jetzt von dem Acker Schrott gekommen ist die zwei Münzen die habe ich natürlich nicht mehr mit drauf und diesen Knopf auf dem Film sodass ihr erstmal den Überblick habt was so an Schrott am Tag rauskommt also hier das sind jede Menge Kleinteile und alles das räumen wir nachher weg und jetzt zeigen wir euch oder ich zeige euch jetzt mal die guten Sachen ich muss das leider so ein bisschen festhalten wir räumen das erstmal hier auf das Pappdeckeltchen drauf wir zählen gleich mal die Römer Münzen die heute so an Römern gekommen ist na wie gesagt ich konnte nicht alles aufnehmen weil der Kamera Akku neigte sich dem Ende da oben sind auch noch ein paar na gucken es waren ein paar vor die kamen schon zusammen na mal gucken da oben geht es weiter ah ich habe jede Menge volle ich noch aus dem Acker rausgeholt so gucken leer 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 so so also hier ein bronze Teil was ich noch nicht weiß was es ist hier die Fibel und jetzt wollen wir mal die Polycylen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun neun elf zwölf dreizehn fünf zehn fünf und die zwei den den also wie gesagt heute ein recht erfolgreicher Tag die Jungs haben auch einigermaßen gut gefunden ja wann das Video online geht kann ich noch nicht sagen ich denke mir mal das wird für Februar sein ich habe ja noch zuvor ein Reservationsvideo was ihr dann schon gesehen habt ja wie gesagt war relativ erfolgreich die Jungs haben auch relativ gut gefunden ja wie gesagt dann nochmal ein Gruß an Jochen meinen Sponsor das ist www.abenteuer-stadt-suche.de wie gesagt wenn ihr auch Fragen zu SP-Delektoren habt da drauf kann ich mich ziehen und da kann ich auch Auskunft darüber geben dieses Elektrom kommt auch beim Jochen ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder bis dahin bleibt gesund bis dahin euer Markus Jungs Jungs 정이 jet Jungs K genau und du Untertitelung des ZDF, 2020